Wir bei Bauer & Böker wollen euer Arbeiten an Maschinen mit der passenden Beleuchtung verbessern. Extra für Maschinen mit drehenden Spindeln haben wir eine schattenfreie Leuchte entwickelt. Heute möchten wir euch das neue Kreislicht vorstellen. Die Kreislicht besitzt ein robustes Aluminiumgehäuse. Ihr Abstrahlwinkel beträgt ca. 120 Grad. In 40 Zentimeter Abstand leuchtet die Lampe eine kreisförmige Fläche von 50 Zentimetern aus. Das LED-Licht blendet nicht, wenn es auf metallische Oberflächen trifft. Die Kreislicht ist staub- und spritzwassergeschützt nach EP67. Mit den gummiummantelten Magneten lässt sie sich einfach an magnetischen Oberflächen anbringen. Der Abstand kann durch abschraubbare Abstandshalter eingestellt werden. Die Kreislicht kann an Maschinen mit 24 Volt Maschinenspannung angeschlossen werden oder mit Netzteil betrieben werden. Bauer & Böker entwickelt und produziert in Deutschland am Standort Remscheid innovative und hochwertige LED-Arbeits- und Maschinenleuchten, die aus dem nachhaltigen Material Aluminium gefertigt werden. Zu den Vorteilen unserer LED-Arbeits- und Maschinenleuchten zählen eine sehr robuste Ausführung, eine homogene Ausleuchtung, eine geringe Hitzeentwicklung und bis zu 90 Prozent Energieeinsparung. Unsere Lampen sind staub- und spritzwassergeschützt nach EP65 bzw. 67 und durch die gummiummantelten Magnetfüße einfach und schnell nachzurüsten. Mit dieser Lampe könnt ihr euren Arbeitsbereich optimal ausleuchten. Wir freuen uns auf eure Kontaktaufnahmen.